Mit diesem Crypto-Life-Hack könnt ihr die hohen Auszahlungsgebühren auf den Börsen umgehen. Ihr wollt mal wieder eure Coins von der Börse abziehen, aber seht, dass die Gebühren wieder unverhältnismäßig hoch sind? Ihr seid es leid, bei Ethereum oder ERC20-Token so viel Gebühr zu bezahlen? Dann habe ich einen Crypto-Life-Hack für euch. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein dezentrales Wallet auf eurem PC mit einer Swap-Funktion. Ich nutze in diesem Beispiel das kostenlose Atomic Wallet. Lade dir das Wallet runter und richte es dir einmalig ein. Lock dich nun bei deiner Börse ein, in meinem Fall KuCoin, und tausche die Ether gegen eine günstigere und schnellere Kryptowährung, in meinem Beispiel XRP, ein. Wichtig, achte vor jedem Tausch und Verkauf von Kryptowährung immer darauf, dass die je nach Land und Gesetzgebung keine steuerlichen Nachteile entstehen. In Deutschland sollte man beispielsweise die Einjahreshaltefrist berücksichtigen. Zahle die XRP jetzt für einen Bruchteil der Gebühr, die sonst fällig wäre, aus. Die Zieladresse ist nun die deines neuen Atomic Wallets. Nachdem die XRP dort angekommen sind, klicke auf Exchange und swappe bzw. tausche die XRP gegen Ether. Das Ganze wird zwar einiges in Zeit in Anspruch nehmen, bei mir waren es etwa 20 Minuten, aber es hat mich fast gar nichts gekostet. So könnt ihr fast den gesamten Wert eurer Ether oder ERC20-Token behalten und spart euch unnötig hohe Transaktionsgebühren. Umz Neufer Kellogg